8. Platz zu der Nummer 1, 5-7, Mustafa Kourou-Basazi. Platz 7 an die Stattung 111, Erwin Christa. Platz 6 an die Stattung 111, Herr Ernst Töppel. Platz 6 Erst, vorbleiben. 5. Platz an die Stattung 116, Herr Kewi Kauli. Platz 6 4. Platz an die Stattung 111, Thomas Gehendorfer. Platz 3 Wirklich starke Klasse. Die Stattung 142, Herr Martin Benedikt. Platz 2 2. Platz für die Nummer 1, 5-4, Jan Kampfer. Und der Winner ist die Nummer 1, 5-3, Lubebeer Kuhn aus Töckchen. Platz 3 Platz 4 1, 5-3, Lubebeer Kuhn aus Töckchen. Platz 4 1, 5-4, Jan Kruhe. Platz 3 1, 5-4, Jan Kruhe. Platz 4 1, 5-4, Jan Kruhe. Platz 4 Herzlichen Dank an die Herren und an den EFV-Fanetti. Super, danke.